Atomic Pack von Neumar. 5,99€. Ob sich das lohnen wird? Pack aus. Warum lachst du? Du wirst fangen mal an. Egal. Nimm die D-Böller gleich raus. Die sind immer so krass. Ja dann darfst du die Fräsche anziehen. Kommen wir auch gleich. Staubt mega. So, der D-Böller aus dem Atomic Pack. Wow, richtig gut. Für aktuelle Wase. Die Zinschuhl war locker drin. Achso, ja dann machen wir den letzten. Wow, das nennt ich mal D-Böller. So dann machen wir die Fräsche. Die darfst du zumachen. Die sind das Fahrzeug. Die sehen wenigstens grün aus. Oh ja, die sind besser. Die sind echt gut. Die sind sogar echt in Ordnung. Sie haben eine angenehme Farbe. Und da hüpft sie davon. Ja, ich würd sagen, lassen wir mal die Mini-Knaller weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Ähm, China-Knaller. Wie das hier, oder? Ja, ich denke vier lang. So die Hälfte. Sollte voll in Ordnung sein. Sauber. Schön. Ich hab nicht gedacht, dass die Böller da drin so gut sind. Wow. Sauber, sauber, sauber. Achso. Ja. Dann machen wir ja noch die B-Böller. Ja. Auch die. Echt gut. Ordentlich. Boah. Das tut so in den Ohren weh. Schön. Ey, die sind aber echt gut. Nicht gedacht. Sauber. So, was haben wir noch? Pyropetaten. Noch mal drei Stück, oder so. Die hier haben jetzt wieder eine Reitfläche. Es gibt auch die mit der Lunte. Ist echt komisch. Verpuffer. Au. Voll erwischt. Gehen unter Wasser auch, gell? Ja. So. Hatten wir die Superböller schon? Nee. Gut, dann ist das das letzte. Machen wir die auf jeden Fall noch. Packung ist schon auf. So, Superböller. Eins war das. Krass. Haha. Das war ein bisschen groß. Sauber. Wow. Wirklich. Muss man sagen. Ein ordentliches Set. Krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde. Aber das Atomic Pack. Hat es wirklich? Nur gute Böller da drin. Tja, Wahnsinn. Also das würde ich mir sogar noch mal kaufen. Nice. Ja dann, Leute. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.